Schwere Anbaugeräte sind für einen Traktor eine echte Belastung. Wenn Schläge und Vibrationen via Dreipunkt auf den Traktor übertragen werden, kann dies die Sicherheit und den Komfort beeinträchtigen. Walterscheid will diesem Umstand mit einem hydraulisch gedämpften Oberlenker begegnen. Dieser rund 33 kg schwere Oberlenker ist mit konventionellen Ausführungen kompatibel, weist einen Hub von 185 oder 250 cm auf und ist in den Kategorien 3 und 4 verfügbar. Durch den austauschbaren Gabelkopf wird die flexible Anpassung der Einbaulänge an alle gängigen Bolzendurchmesser ermöglicht. Die integrierte Dämpfung ist kompakt gelöst. Es erfordert keinerlei zusätzliche Bauteile ausserhalb des Zylinders. Bei einer axialen Zugbelastung des Oberlenkerpunkts strömt das Hydraulikryl über den Überströmkanal in die Kolbenstange. Dort werden die Druckspitzen durch die mit Stickstoff vorgespannte Dämpferkammer absorbiert. Der Federweg beträgt rund 30 mm. Über den Gasdruckfüllanschluss kann eine autorisierte Fachwerkstatt den Druck entsprechenden Anforderungen zwischen 20 und 110 Bar dem Gewicht des Anbaugeräts anpassen. Selbst kann man leider keine Einstellung vornehmen. Eine Sperre für die Dämpferfunktion gibt es nicht. Der grossdimensionierte Kolben lässt nur erahnen, welche Kräfte dieser Oberlenker entfalten kann. Bei einem Systemdruck von 200 Bar wirken nach dem Zug-Druckdiagramm knapp 12 Tonnen auf Zug und 18 Tonnen auf der Druckseite. Mit dem Oberlenker wird auch die neue schwarze Kugelhülse mitgeliefert, welche die einwirkenden Kräfte des Oberlenkers absorbiert. Diese Heavy-Duty-Hülse wurde für extreme Einsatzbereiche entwickelt, ist aus besonders hochwertigen Materialien hergestellt, mit Wärmebehandlung vergütet und gegen Rost geschützt. Daher auch die unverwechselbare schwarze Farbe. Das Testobjekt war auf eine Last von 1700 kg eingestellt. Während der Fahrt bei extremen Situationen wie Bodenunebenheiten waren die Dämpfung und die bessere Vorderachstraktion deutlich spürbar. In Kombination mit der Vorderachsfederung resultierte ein deutlich besserer Fahrkomfort als mit herkömmlichen Oberlenkern. Bei kleinen Unebenheiten war der Unterschied jedoch kaum spürbar. Blickt man während der Fahrt aber auf die Kolbenstange, sieht man, dass diese bei Zuladung stark reagiert und so den Traktor von starken Zug- sowie Stossbelastungen verschont. Dieser Oberlenker von Walterscheid mit integrierter Dämpfung macht bei schweren Anbaugeräten und Arbeiten mit hohen Zug- und Stossbelastungen durchaus Sinn. Er bringt einen besseren Fahrkomfort, ist sauber gefertigt und mit praktisch jedem Traktor einsetzbar. Die Druckeinstellung bleibt aber Sache einer autorisierten Fachwerkstatt.